Das berufliche Schulzentrum hier in Leonberg bietet eine unglaubliche Bandbreite an Ausbildungsbereichen. Wenn ich sie aufzählen müsste, würde ich wahrscheinlich gar nicht alle zusammenbekommen. Vom technischen über das wirtschaftliche bis hin zum sozialen ist, glaube ich, hier für jeden Schüler und auch für jeden Lehrer etwas dabei. Gleichzeitig haben wir aber in jedem Bereich wirklich Spezialisten, die in der Lage sind, die Schüler optimal zu unterstützen. Für das Studium der Wirtschaftsinformatik hatten hier am BSZ vor allem die Informatik und die Wirtschaftskurse sehr geholfen. Da wurden einfach die Grundlagen gelegt für das spätere Studium. Hier wird ganz viel Theorie mit Praxis gemischt und dadurch lernt man einfach viel besser und es macht auch mehr Spaß. Wir haben hier vielfältige Möglichkeiten, die Schüler vorzubereiten. Die haben zum einen natürlich den Werkstattunterricht, dann haben sie viele Praktika und all das ist eine super Brücke ins Arbeitsleben. Unsere Schule ist top aufgestellt, was Digitalisierung, was Unterrichtsmedien, was unsere Ausstattung betrifft. Man kann beispielsweise ein YouTube-Video zeigen oder einfach digital an der Tafel mitschreiben. Ich kann den einzelnen Schülern mir anschauen und kann seine Entwicklung unterstützen, kann ihm helfen, seine persönlichen Ziele zu erreichen und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Es ist nicht so dieses, man kommt in die Schule und man hat hier einfach seine Unterricht und geht wieder heim, sondern es besteht wirklich eine Beziehung zwischen den Lehrern und den Schülern und dann hat man einfach umso mehr Spaß hierher zu kommen. Das berufliche Schulzentrum hier in Leonberg stellt für uns so etwas wie einen kleinen Campus dar. Zum einen haben wir eine Cafeteria direkt in unmittelbarer Nähe, aber auch eine große Sporthalle. Wir bilden auch oft Lerngruppen, wo wir uns einfach dann draußen hinsetzen und zusammen lernen. Seit kurzem gibt es jetzt auch einen Fitnessraum, mit dem man wirklich trainieren kann und sich mal ausbauen kann, wenn man nach einem anstrengenden Schultag noch Kraft übrig hat. Ein Highlight sind natürlich die Projekte unserer Schülerinnen und Schüler aus dem Jugendforschbereich, die hier versuchen, Innovationen neu zu kreieren und auch unseren Lebensalltag irgendwie zu verbessern. Das CSZ unterstützt in ganz vielen Punkten die Jugendforschprojekte. Man muss sich ja alleine mal hier umschauen und sehen, mit welcher technische Ausstattung wir hier unterstützt werden, aber auch die fachliche Kompetenz der Lehrkräfte hat uns ungemein geholfen. Ich fühle mich gut aufgestellt, jetzt in den Berufsalltag einzusteigen und ich habe auch schon eine Stelle als Erzieherin in der Kinderkrippe. Die letzten drei Jahre hier waren einfach die beste Zeit, die ich in der Schule verbracht habe und die möchte ich nicht missen. Ich kann jedem empfehlen, der sich gerade noch sehr unsicher ist, was er nach der Schule machen möchte, hier am BSZ, am Infotag teilzunehmen, sich zu informieren und einfach mal zu schauen, was es hier so gibt. Da ist auf jeden Fall was dabei und mir hat es mega Spaß gemacht. Mich begeistert am BSZ einfach, dass hier so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, sich begegnen, jeder einerseits sein Ziel verfolgt, aber trotzdem ganz viel gemeinsam passiert. Musik 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 Musik